Wir haben gerade den Festerwald bewältigt, da und sind es hier in Stockholm, was so ziemlich gleich wie Christa aussieht, wie er Anfangsstadt von Ardok und haben dort ein Quadrat gefunden, auf dem wie Linas Familie da ist und das bringen wir jetzt praktisch zurück. Und ich habe das Portrait jetzt dabei und begebe mich jetzt ins Schloss. Okay, dann gebe ich... Ah, ich habe ihr das Bild schon gegeben, okay. Und jetzt gehe ich mal zur Prinzessin und schaue, was sie sagt. Wir sind jetzt praktisch in Meilens Illusion, wo Melina sieht ihre Eltern. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. Okay. Der Weiser sagt, ich soll nach Süden gehen. Das werde ich doch glatt machen. Links der Hund, der irritiert mich übelst. Hm. Der König ist gestorben, Olle. Speichern wir mal. Ich glaube, immer noch ein Prozent, okay? So, der König ist tot. Obwohl, ich darf wahrscheinlich jetzt nichts mehr machen. Hm. Schaue ich mal zum Zoll. Ah, der ist frei. Tatsache. Oh, wohin soll ich zuerst gehen? In das kleine Haus. Quattroß. So was wie die Nomaden. Plus Tanzfreudiger. Ach, das sind auch Nomaden. Aber bloß Spanische, okay. Okay. Oh, das war's auch schon wieder. Oh, das war's auch schon wieder. Ahola. Ahola. Das ist praktisch der Hafen. Oh, die sagen alle nur das Gleiche. Ich hätte es so nach einer Spelunke gedacht, dass das sowas ist, aber anscheinend. Ahola. Dann geben wir das mal... Ach, auch. Ahola. 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 Ein Fiebermittel. Vielleicht war das der Apotheker, den ich vorher da oben mal gesehen habe. Schau ich mal, ob ich von dem das Fiebermittel kriege? Bist du nicht der Apotheker? Nein. Vielleicht ist er hier? Mist, wo ist denn der Apotheker? Malin ist auch fort? Hm. Dann erkunden wir mal weiter. Oh. Oh. Also vom König hier starben die drei Söhne auf dem Schiff. Der Töpfert. Das ist wieder der Heinz mit seiner Wachstumsraute. Wachstumsraute. Ein Haus. Kirche. Oh je. Nein, lieber nicht. Ein Grund, warum das Spiel nicht in Amerika rausgekommen ist? Biblische Hintergründe. Oder religiöser. Cool. Der hat mir jetzt einen entscheidenden Tipp gegeben über Schloss Torone. Mit dem Gemälde. Mit dem Gemälde und mit den Augen. Yay, der kann endlich die Götterknollen kaufen. Die letzten Detail. Ja. Der hat mein Mengenrabattes. Haha. Oh. Die ist weg. Okay. Die wird insässernis aus dem Schloss abgehauen. Okay. Ja, ich würd sie gerne kosten. Hm. Zehn Taler. Na gut, mach einmal. Bleib ich mal. Sechs Stunden haben wir schon gespielt. Wahnsinn. Sechs Stunden haben wir schon gespielt. Wahnsinn. Hm. Nichts passiert. Nichts Aufregendes. Gut. Okay, dann waren wir mal in jedem Haus drin. Wir haben jetzt erfahren, dass die Prinzessin da im Schloss ist. Also gehen wir doch da auch gleich mal rein. Oder nicht mehr im Schloss ist, sondern sie könnte hier sein. Ah. Pure Säure. Haha. Haha. Okay, ich darf nicht ins Wasser, weil das ist echt pure Säure. Säure. Oh. Wie mit dem Morgenstern. Sieht schon bedrohlicher aus, als die Teile, die ganz am Anfang waren. Sieht schon bedrohen. Gut. Gut. Ich hab nur geguckt, ob ich da irgendwo... was da runter geht. Höhe. Ah, sehr schön. Ah, toll. Grinus und Krampf. Hm. Scheint aber auch nicht weiter zu gehen. Okay. Dann gehen wir mal rechts lang. Dann gehen wir mal rechts lang. Hm. 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 Jetzt kann ich mich so rein. Doch, da geht's noch nicht. Dann schauen wir doch mal rechts. Hm. Oh. Nein, ich bin überrascht. Wenn wir jetzt da und fahrrad ist. Ah, das sind die Gemälde, wo die Augen eigentlich Juwelen sein sollten, aber die ja irgendwie nicht drinnen sind. Also muss ich die Juwelen jetzt finden. Ah, es ist wieder geschlecht, wenn ich nicht rauskomme. Ah, nee, da geht sogar woanders hin. Ach, ja, das explodiert ja immer. Ah, Mensch. Na gut. So ungefähr, kapiere ich es gerade, oder komme ich klar, wo ich eigentlich hin muss? Die drei Söhne, die auf See starben. Ah, okay. Die Jahreszahl ist sehr wichtig, wann die Söhne starben. Die fände ich, glaube ich, irgendwann in einem Buch. So viele Wege zu gehen. Und ich kann mich hier so gut wie immer nie entscheiden. Okay, mit dem passiert vielleicht später was. Dann bin ich schon richtig gegangen. Sehr gut, das ist die Bücherei. Hey, das freut mich. Wie immer, ne? Aussteigt alles in drei. Super. 286. 286. Oh, je, 286, okay. Ich glaube, ich habe sogar schon das richtige Buch gelesen, was ich machen muss. Ich glaube, ich habe sogar schon das richtige Buch gelesen, was ich machen muss. Das ist, was ich machen muss. Ich gebe mal, okay. Das hört sich doch nicht richtig an. Wo bin ich denn jetzt hingekommen? Olle. Oh, ich kann von da nicht springen, oder nicht? Ah, okay. Zuerst springen. Oh, ich kann von da nicht springen. Oh, ich bin gleich ein Problem. Ja, wenigstens bin ich jetzt der Boden. Ah, jetzt bin ich wieder im Gemach. Da muss ich noch mal nach rechts gehen, aber ich glaube zuerst, ob es nicht. Gucken, was ich hier noch alles machen kann. Okay, die Seele, ich weiß genau, wo die jetzt auch hin muss. Und den komischen Retter-Dingo hier vorgefallen. Jetzt versuchen wir noch den Kristall dazu holen. Okay, okay, okay. So, dann wieder ein bisschen aufgeschoben. Ah, ich habe aber noch ein Kraft-Elixier, voll schön. Genau wie ein Glücks-Elixier. Stark. Okay. Wow, das ist nicht wirklich gut. Oh Mist, das fällt mir aber die Seele nicht mehr. Ah, da ist sie wieder. Gut, sehr schön. Jetzt gehen die aber gescheit nach oben mit ihren Zahlen. Plus sieben. So, und hier ist wahrscheinlich der Körper der Seele. Okay.